Hallo Leute und willkommen zurück, ich bin's wie immer Jan und ja es gibt mal wieder eine Runde des Survival Games mit Olli. Ja hallo. Der jetzt glaube ich zum ersten Mal in einem Video bei mir vorbei ist. Hey direkt unter Sachen. Bist du? Ja du bist da gut. Ich kann dir hinter ja. Jo passt. Aua. Komm wir holen den da direkt hinten. Ja wir wollten eigentlich Ender Games aufnehmen, aber ist natürlich wieder überfüllt. Es ist Freitagabend, 9 Uhr circa und der ist voll. Bist du hinter mir? Ja, aber hinter dir ist noch ein anderer. Alter, ich wollte schon sagen, oh lol, es leckt. Ich wollte schon sagen, lol, ich hab grad übel Slacks. Du hast mich voll weggeklatscht, ey. Den haben wir, nice. Bist du, na, ich wollte dann sagen. Ja, ich bin auch bei dir. Warte, komm her, komm her. Zack, zack und zack. Nein, warum hab ich schon wieder Legs? Alter, das gibt's nicht. Alter, du hättest mal die Legs bei mir sehen müssen, ey. Bei mir auch. Es sind auch nur 18.000 Spieler hier drauf. Ja gut, aber das ist ja nicht. Ich hatte halt keine Internet-Lags, ich hatte die ganze Zeit so Standbilder. Egal, bei, ich guck mal kurz, vielleicht muss ich gar nicht die Aufnahme pausieren. So, ach, da sind wir wieder. Ich weiß, ich hab ein scheiß Cut gesetzt, hab nicht mal Schluss gesagt, beziehungsweise bis gleich, aber ist mir egal. Das war, das ist ja bei Mainplex muss man immer im gleichen, oh fuck, es geht schon. Ich vergesse. Mann, hier dauert das, dauert das nicht so lange, bis es losgeht, das vergesse ich immer. Und jetzt bin ich voll hier weggerannt, das ist hinter mir gut. Äh, ja, deswegen müssen wir in die gleiche Lobby, waren wir nicht und dann ging das alles nicht. Äh, schön, dass es wieder ganz zerdruckelt. So kann ich sehr gut spielen. Haben wir gerade schon gesehen. Dadurch... Kompass. Dadurch bin ich ja gestorben, schönerweise. Ich hab einen Haken, weil ich immer noch nicht weiß, was man damit machen kann. Ähm, ich würd sagen, wir gehen mal vorsichtig runter. Gucken, ob da unten was ist. Hast du was zu essen? Ja, ein Steak. Jetzt nicht mehr. Ja. Einfach schnell wegessen. Who cares? Ja, who cares? Äh, gut, hier ist ein Lückes. Wow, ich hab mein Vorhandschläschchen. Und was zu essen. Wow. Schöner Raum mit zwei Büchern drin. Ich geh mal hoch. Wo bist du? Bist du bei mir? Auch in so einem Haus irgendwo oben drin, aber diesmal wieder keine Truhe nirgends, weißt du? Ja, ich kenn den Maps hier auf Mainplex gar nicht aus. Ist voll schlimm. Glaubst du nicht? Ja, klar. Du hast auch nichts anderes als hier in Survival Games. Ja, total. Ja, Oli ist es... Bei mir... Bei mich PvP auch sowas von interessiert. Ja, Oli ist der übelste PvP-Spiele in Minecraft. Ich bin wieder keine Truhe nirgends. Ah, ich hab ein Steinschat. Nice. Äh, jetzt wollen wir noch ein Chat für dich, ne? Mit dazu muss ich irgendwas machen, kannst du mir doch zu irgendwas nützlich bist. Das ist mal heißen. Bist du der, der unter mir ist? Da. Ich hab so viel Scheiße. Ich hab ein Boot. Das ist nicht damit. Das kann einer einfach mal... Oh mein Gott, der ist gestorben, weil er zu weit aus in einer Map war. Wieso nicht? Ähm... Ich... irgendwie sieht die Häuser hier scheiße. Wo bist du eigentlich? Ich hab ein Kill. Oh mein Gott. Oli, warte, bleib stehen, bleib stehen. Ich hab... Hallo. Ne Eisen, ne Steinachs? Ich hab Steinschild, also aua. Nicht zu nah am Rand der Map gehen, da kommt ja dieses Eis und das macht aua. Das tötet dich ganz schnell. Ich hab da schon Erfahrung mit. Ich hab aber einen Steinachs gefunden. Hier hast'n Kompass. Ah, hinter dir. Ah, danke. Äh, okay, hier ist nix mehr. Brauchst du was zu essen? Nö. Ich grad nicht. Ich glaub auch nicht. Ich hab' noch drei Rostfleisch. So, der nächste Spieler bist du. Super. Ja, der Kompass hilft uns zu viel. Äh, Eisen und zwei Kekse. Ne, Lederbuss, so ich hab' drei Kekse. Ne, Lederbuss, so ich hab' drei Kekse. Ne, Lederbuss, so schon. Ja, aber eine Hose. Cool, ne? Ja. Äh, so, jetzt bestimmt was. Was, ich hab' noch was gesehen. Ich bin zur Blindung. Ich hab' noch was gesehen. Ich bin zur Blindung. Ich hab' noch was gesehen. In der Weisenschule. Ja. Ja, ja, steilisch. Äh, nee. Hä, war ich nicht. Ja, ich hab' noch nie. Ja, ich hab' noch nie. Ja, ich hab' noch nie. Ich hab' noch nie. Ich sag' hier war irgendwo was. Ich kann, wenn du ein Koffi-Teil wieder näherst, dann kannst du dir ein Eisen-Schwert machen. Äh, immer die Sachen hier. Ich hab' noch nie. Ich hab' noch nie. Dann kann ich mir natürlich noch ein Eisen-Schwert machen. Mit Körnbaum in einem Stick. Aber hier sind Tatsch. Aua, 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 was? Bei Kettenhauben habe ich. Nein, mach' noch eine. Aua, 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 aua. Scheiß Schnee, Alter. Ähm. Er kommt hoch hier in der Hood. Ja, ich dachte, wir gehen. Ja, okay. Dann komm' ich halt hoch. Aua. Guck mal, wie der Schnee reinfliegt, ey. Ja, der trifft mich echt sogar hier noch. Aua. Was? Junge, Junge. Okay, wir müssen gleich schnell rausrennen, weil ich glaub' der geht immer weiter nach hier hin. Ich glaub' so wird die Map sozusagen kleiner gemacht. Aua, aua, aua. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Nicht gut. Und meine Rüstung ist auch schon ziemlich damaged. Na gut. Ähm. Oh, ich hab' verrottetes Fleisch. Geil, oder? Ja, geht, ne? So einigermaßen. Ich mach' verrottetes Fleisch. Ich bin so verrottetes, was ich auch in echt immer. Sehr nahrreich. Warum glaub' ich hier das? Wer weiß. Ja, flächeln sich fast alles. Natürlich ist da nichts mehr drin. Äh, ich geh' mal nicht zu weit weg von dir. Hm, nicht geh' mal. Wir finden uns schon wieder hier bei meinem Kompass. Supply Drops Direction. Oh, hier kommt ein Supply Drop. Ich muss mir mal schnell hin. Boah. Keine Ahnung, aber okay. Okay, ich muss jetzt frottes Fleisch essen. Ja, ich aber wegen Kompass. Äh, ne, jetzt ist, äh, Supply Drops schon weg anscheinend. Ne, gut. Kann man hier die Sachen abbauen? Nein, natürlich nicht. Ist ja lehm. Jetzt ja, dann kommt der dann schon noch raus. Wollt ihr mich verarschen? Wie scheiße ist das Ding? Man kommt ja einfach echt eiskalt nicht mehr raus. Hey, jetzt hab ich die Sachen aber bekommen. Hä? Ich kapier's irgendwie nicht. Wenn du drauf umspringst, bekommst du die Sachen. Ah, okay. Aber ich komm' hier nicht mehr raus. Das ist das für eine Scheiße. Ja, das ist voll genial. Ja, ich, ich fahr' mir mal so ein bisschen essen, ne. Spaß. Warum? Wie kacke ist das, dass man hier nicht mehr rauskommt? Warum werden das... Ey, wie denkst du denn so eine Scheiße hier aus? Das gibt's nicht. Kann man hier kann sich vielleicht ein bisschen rauspacken oder so, wenn das kaputt macht? Kann man es überhaupt kaputt machen? Ja, weil ich hab gefehlt, weil ich gesprungen bin. Ich hab, naja, gut, ne Axt bringt nicht viel. Beim Stein abbauen. Was ist hier? Das ist ein Boot. Oh, doll. Hat der einfach mal so ein Boot? Spring jetzt nicht nochmal rein. Nee, nee. Ich hab kein weiteres Boot mehr. Hat der da einfach mal so ein Boot? Lässt mich da schön drin vergammeln. Hey, hier sind Schuhe. Warum lagen da auf immer Schuhe? Egal. Meine nicht. Wo bist du? In der Mitte. Was? Wo ist die Mitte? Warte, ich komm zu, du bleibst stehen. Da bist du. Ich hab' einen Kompass. Tust mir weh. Hier, Post Feuerstein. Ah, hier ist ein Kuchen. Ey, da können wir uns Dingens machen. Nein! Das ist ein Kompass. Hab ich den? Nee, du hast den gekriegt. Äh, ich... Ich könnte... Soll ich gucken, ob wir noch einen Stick kriegen und dann Dingens machen? Eisenschwert oder soll ich einfach zwei Feuerzeuge machen? Ähm... Mach mal ein Eisenschwert. Oh fuck. Oh fuck. Na, zu mir verklickt. Das ist ein Kuchen-Vollerzeuger. Ich hab' noch kein Stick deswegen. Komm auch raus hier im Kick-Song-Vollzeug. Oh, das ist eine Ongel. Da. Kannst schon die Uhr mit abfackeln. Warte, hab ich den Kompass jetzt? Ich hab' einen Kompass. Nein. Ich hab' zwei. Okay. Ja, ich hab' einen. Äh, ich glaub' hier kann man schon überall nicht mehr hin. Ich glaub' hier kriegen wir überall damage. Ja. Aber schnell weg. Ähm... Schön, ich seh' die ganze Zeit nur dich. Das ist irgendwie ein bisschen... Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Mitte hier hinten. Wohin? Das ist die Mitte. Kann man hier noch rein? Das ist die Mitte? Ich glaub' schon, das musst du... Nee, gar nicht. Das ist nicht die Mitte. Nein, das ist nicht die Mitte. Wo ist die Mitte drin? Okay. Also, Ausrüstung ist schon voll gut und so von uns. Ja, logisch, ne? Mich verfolgt so'n Spaß. Hm. Schlag' den mal. Ja, warte. Du kannst mich nicht angeln. Ich bin viel zu geil dafür. Ich hab' dir aber ganz schön angelt. Woll. Loll. Hier liegen einfach Sachen rum, auch gut. Loll! Okay, ist einer gestorben und schuldend und... Der, der da war, die nicht aufhören. Gold besser als Ketten? Ihhh, nein, ich glaub' nicht. Woll, spürt. Kann auch sein, dass es gleich gut ist. Ähm... Also, brauchst du ein Steinschwert? Nee, hab' eins. Okay, dann lass' mal hier Sachen wegwerfen und abfackeln. Ähm... Das noch weg, das noch weg. Das weg, das weg. Scheiße, hier, Alter. Warum hab' ich so viele Boote, man? Loll. Das war ja hier, klappt nicht mehr wirklich auf meinem Klicks. Naja, was soll's. Äh... Ja... Lass' mal irgendwie weiter zur Mitte gehen. Supply Drop. Oh, lass' mal zum Supply Drop gehen. Da werden eh welche auftauchen. Also, folg' mir einfach. Ich weiß, wo der ist. Den Kompass. Du müsstest eigentlich auch sehen. Auf deinem Kompass. Ähm... So, 80. Blöcke. Falls überhaupt Blöcke sind. Distanz. Ach, jetzt ist sie auf der anderen Seite. Auf... Hier, uh, hier sind zwei. Oh mein Gott. Kombo reingauern. Kombo, Kombo. Kill sie. Das sind Teams. Los, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Ich hab den schon fast getötet. Der ist so gut wie tot. Nice. Haben wir gewonnen? Äh... Gewonnen noch nicht. Es sind eben noch zwei andere. Aber... Und wir müssen uns dann eh... Deathmatch oder wir bei Spielen auch noch gegeneinander. Aber das war nice. Ich hab den schon gut angehört, und dann hast du den Rest gegeben. Nice Teamwork, würd ich sagen. Lass' mal den ganzen Schrott hier wieder wegwerfen. Ich hab Eisenschuhe. Hast du einen Catnamed schon? Ja. Okay. Ich hatte gerade einen Stick, aber ich hab ja auch... Ey, ich hab Eisenschwert. Hätte ich jetzt die Eisen von vorhin nicht auszusehen weggemacht, dann hätten wir jetzt schon ein Ding insgubt, wenn wir jetzt zwei Eisenschwerte gehabt. Kacke. Na, ne Eisenachst. Eisenachst. Ja, ist so gut wie ein Steinschwert. Stecker weg, Federn weg, zack. Oh fuck hin. Ich weiß nicht irgendwie, warum... Feuer irgendwie klappt hier nicht so ganz auf meinem Plex. Macht nichts. Gut. Äh, Deathmatch ist glaube ich jetzt gleich. Also wir gehen dann erst auf die anderen und dann... Hm? Ist da ein Bogen drin? Jo, da ist ein Bogen drin. Oh, zu spät. Äh, Deathmatch hat in... paar Sekunden. Wo bist du? Du bist nicht der. Du bist... Bin links von dir. Ich bin ganz jetzt alleine. Äh, all... Ja. Danke. Ähm... Und schon... Oh, schon ist richtig fast geschlagen. Schon wieder so lags, ey. Oh, schön. Der eine ist mal tot. Ah, ich bin so gut tot schon. Ist hier irgendwo... ein Shunting Table? Keine Ahnung, ich seh nix. Äh, okay, ich komm dir mal entgegen. Warum hat der dann Blockade gesetzt? Nice, so. Lass mal... Sollen wir mal aufladen? Äh, voll... Dingsen und dann kämpfen? Ja. Regen. Okay. Ich bin im Finale. What the fuck? Äh... Das geht doch gar nicht. Uh... Keine Bögen, okay? Jo. Weil ich hab' sie so keine Pfeile. Äh, Pfeile hab' ich sieben. Aber ich mach' ihn ohne. Äh, so... So... Oh, ich kann mir noch... Ich kann mir Brot machen. Ähm... Hab' ich noch einen Stick? Nö. Hast du ein Eisenschwert? Ne, ne? Ne. Dann komm' noch ein Steinschwert. Dann kommen wir hier hin. Nach Essen, ja. Ah, zack, da. Ah, jetzt hab' ich hier herzlichen Scheiß-Tropf wieder an. Ja, da liegt ein Eisenschwert. Hast du... Bist du voll? Bist du voll? Was hast du? Du hast... Kette, Kette, Eisen, Eisen. Das... Hab' ich auch. Bist du voll? Ich werfe ihm die Scheiß auf den Flash-Shock. Was denn? Oh, lol. Ich werf' tausend Stück weg davon, oder was? Egal. Bist du voll? Das Tier. Ja. Hab' ich mir grad gecraftet. Ready? Na, schaff' ich trotzdem. Komm' her. Okay. Easy, sagst du, ne? Es funktioniert kein Feuer, ey. Ja, ich sag' das funktioniert schon wie ein Leck hier. Und... Ich hab' noch... ...500 Perzen gehabt. GG. Du hast so DIA. Ich hätt's auch mit einer Hinschwert geschafft. Ja, 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 ja. So, drei Kills hier. News to Compos zu Feindkills. Egal, gut. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich will mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, und ich lass' das letzte Wort mal an Oli. Also, Jan hackt, ne? Der abonniert ihn und abonniert mich. Hm. Tschüss, viel Spaß noch. Tschüss. Also...